Ja halli hallo hallille, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Escapist 2, hier ist wieder euer Trixi und ich hab mal recht die ganzen Leute hinzugefügt Also hier zum Beispiel den Ica, da hab ich hinzugefügt, er wollte ja einen schwarzen Mächter haben, der rechte Junior, hab ich auch mal korrigiert, die Brille Ähm, mach mal, kurz mal kurz gucken, ah komm, lass mal so Ähm, wen hab ich noch hinzugefügt hier, mal kurz gucken, ne das war's alles, ansonsten hab ich bei den Charakteren euch noch hinzugefügt Ich hoffe, das funktioniert so, weil hier hab ich ja irgendwie keine Auswahl von den ganzen Leuten Ach, da oben stehen die Namen auch, ich sehe gerade Gut, genug geredet, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los in den neuen Knast hier, go 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 Ich bin mal gespannt, was hier abgeht Tipps, als du nie geschlagen und in den Anseln aufgesteckt wirst, ach man Ah, Wälder, dein Charakter, okay Äh, wo bin ich denn hier? Jordan Parker, bla 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 Oh, ich hab mich gar nicht mehr drin Moment, da muss ich mal gerade abbrechen, verdammt Das ist ja blöd, da muss ich nochmal hinzufügen, ich hab mich versehen nicht gelöscht Ich muss mich noch selbst hinzugefügen Aber ich hab mich hinzugefügt, aber mich nicht, das ist auch nicht schlecht, ja Meine Charaktere, ähm, dann würde ich sagen, hier Dich ändern wir mal So, Trixie Dann nehme ich lieber das Gesicht, bin nämlich nicht so kräftig gebaut und möchte leben Die Haare würde ich haben Ähm, Bart habe ich keinen, das kann weg Gucken wir mal durch und machen was anderes, was Besseres da ist für mich Na, das sieht eigentlich mehr nach mir aus Oder der? Oh, gibt's so viel hier? Haha, mit Headset, genau, das passt zu mir Das ist ja cool Gut, äh, haben wir noch hier, ach ne, Brille, genau Wir müssen noch die Brille aussuchen Meine, ne, haben die vielen zugefügt Mal gucken Ja, die Brille kommt eigentlich schon am ehesten hin Sind noch, alter, was Bäh Das ist ja krank, ey Gut Dann hätten wir das auch jetzt soweit eingestellt Können wir zurückgehen, spielen Ähm Gefängnis auswählen Railroad, genau, neues Spiel Hm, das hier bitte mal überschreiben Yep Und dann gucken wir, gerade hat er hier alle gelöscht oder nicht Nein, sind alle noch drin Wunderbar Dann können wir recht mal statten Tragen im Umfeld des Gefängnisses eine Verkleidung, um nicht erkannt zu werden Okay So, Rixi bin ich Ich hab, oh, ich bin abgezahlt, keine Rose in den Haaren, aber ist egal Jetzt, komm Go, go Interessanter Knast Ist eher ein Gefangenentransport, würde ich sagen Oder? Wie soll ich denn da rauskommen, wer in der Fahrt Alter Da bin ich eigentlich mal gespannt Ja gut, wir müssen uns, denke ich mal, durchgraben oder durchhacken Heieieiei Wie würde das denn gehen? Ich hoffe mal, das ist der Transporter und nicht das Gefängnis Das wäre mir angenehm Wenn wir dich außerhalb deiner Zelle finden, werden wir Gewalt angreifen, wenn wir dich sehen Okay Eine schöne Reise Okay Interessantes Ding Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte Wer von euch hat Oh, muss rein da Was? Wir gehen die denn ab, Alter? Oh Okay Wie sollen wir das denn schaffen? Alter Wir müssen auf jeden Fall irgendwie ausbrechen, ohne dass wir gesehen werden Okay Dann retrunken wir uns jetzt mal kurz aus Also nach Schleichmissionen, wie es aussieht Das ist natürlich blöd Da habe ich mir die ganze Arbeit gemacht Für nix sind wir, nix Ähm, mal gucken wir auf die Map gerade mal kurz Wo müssen wir überhaupt hin? Hm Da bin ich Müssen wir uns hier durchschlagen, oder was? Hat er jetzt sogar mehrere Etagen, das Ding? Alter, Walter Gut Dann gucken wir mal, was wir hier links finden Hier ist schon mal nix, wie es aussieht Ach, hier kommen wir direkt raus Okay Ich muss eine falsche Gerotte herstellen, um das Fett anzulocken Okay Wie kann man denn eine falsche Gerotte herstellen? Da haben wir es Wir brauchen Papier Das, das und das Okay Verstanden Gut, dann gucken wir mal schnell hier rein Was haben wir hier? Hm Nix besonderes Aber Statt nochmal Oh, die hauen aber rein hier Lekomio Oder Welches wird zurück in die Zelle gesteckt, oder? Da bin ich mal gespannt Hm Sanitäter Hallo Wo bleibt denn? Ah, da kommt er Den da loswerden Ja gut, ich wird wieder in die Zelle gesteckt Verdammt nochmal Das ist ja blöd Aber gut zu wissen Gut zu wissen Oh Mann, 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 Mann Was für ein fieses Ding ist das denn? Okay, geh, geh Hier kannst du nichts durchsuchen Okay Handel Ah, wie cool ist das denn? Kann ich auch so verstecken Das ist natürlich nice Dann gehen wir direkt hier weiter Rechts Okay, geh, geh, geh Danke Tschüss Ich nehme mir hier ein Oh Gott, hier kommt noch nirgends wo rein Das ist natürlich blöd Da haben wir wieder so einen blöden Wächter Geh mal bitte weiter Oh Ich stelle hier rein Ach, das geht nicht Verdammt, verdammt Lauf, 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 lauf Das war knapp Das war knapp Nein Nein Da ist nix drin Verdammt, verdammt, verdammt Ah, da hätte ich mich verstecken können Okay Gehen wir mal schnell hier weiter Okay, okay, okay Ja, wunderbar Sehr schön Die haben doch bestimmt Irgendwelche Kulisse oder so Die haben Hmm Medic Kits Welts im Ausland Ja, ja, wissen wir schon Ähm Tja Ich denke, an den könnte ich nicht vorbei, oder? Ah, dass sie keine Sachen haben Das ist ja blöd Oder hauen die mich um? Ne, die hauen mich nicht um Danke dir Halli, hallo Ich haue dich mal um Guck mal, was passiert Was? Ich kann dich nicht umhauen Krass, ein Geist Scheibenleister Okay, da ist der Nächste Uh, schnell mal rüber Wie gehst du? Wie gehst du? Gut, ich verstecke mich mal Vorsichtshaber da drun Wer weiß, der weiß Okay, der geht nur einmal im Kreis Gut zu wissen Komm, schnell gucken Gucken, gucken, gucken Ja, ich will mich nicht hinlegen Hallo Verstecken will ich mich Danke So, gucken wir mal Was haben wir da? Wir haben einen orange-wangenen Stift Und was haben wir da? Döschen mit Farbe Was kann ich mit dieser Farbe machen? Hm Kann man sich eine Leiter bauen? Gibt mir mal nichts Das ist ja wirklich Was kann ich damit machen? Na gut, meine Intelligenz kann ich auch nicht Wie hoch bin ich davon Intelligenz? Oh, wir sind Verstand 70 Wir können also bauen Was wir wollen Fast Ja, wir können bauen Was wir wollen Jetzt gucken, ob man noch irgendwo Hier Dosen finden Drun Sehr seltsam Okay Oh Ich trau dem nicht Komm, 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 komm Geh weiter Sehr schön Kann ich mir in dir so Oh, warte mal Du gehst so Dann gehst du so Okay Da lang Ah, wir kriegen uns schon durchgemogelt Ja, wunderbar Haben wir sogar bekommen Könnte ich nicht auch hier rausspringen Das wäre schön Oh, oh Oh Schnell ran Ran Gucken Pult, was hast du? Oh, nice Das brauchen wir Komm, wir holen einfach mal alles mit Ähm Okay Oh, wir müssen schnell mal zurück Ich gehe mal lieber an meinen Pult Habe ich überhaupt ein Pult? Ich weiß es gar nicht Wir checken mal Wer weiß Okay, du gehst da lang Ah Na gut, ich tue es dann hier rein Vorsichtshalber Wer weiß, wer weiß Hm Das Taschendruck brauchen wir bestimmt Aber wenn man das Seil braucht Frag ich mich gerade Moment mal Wir gucken mal Hm Okay Ah, warte mal Ich habe eine Idee Ich tue das Seil mal Leber mal kurz weg Wohl Dann hätte ich schon mal mit Die Farbe weg Die brauchen wir nicht So Den Kram müsste ich auch behalten Wenn Uh Okay Bis dann Alter, du gehst einfach mal anders Das mag ich gar nicht Aber ich Gehe es doch gleich Okay So 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 Wie gehst du denn jetzt hier? Du gehst jetzt da rein Da kann ich mich dann durchschmuggeln Mich schnell Wir müssen aufpassen Da ist ein Fenster Okay Uh Ja 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 Das haben wir schon mal geschafft Du gehst hoffentlich mal nicht hier rein Ich hoffe mal Ja Sehr schön Uh Hier gibt es reichlich Leute Kann ich mir nicht Brechstange reinpacken als Waffe? Wenn ich so etwas habe Jo Das sieht schon besser aus Würde ich mir sagen Und dann schmeißen wir Ja Das brauche ich eigentlich Das ist ja blöd Gucken wir mal hier Was gibt es hier? Ich könnte mich mit einem Ente haken Ah Dafür brauchen wir das sei Okay Dann brauchen wir noch eine Crowbar, oder? Ja Wir brauchen noch eine Crowbar Okay Gucken wir noch mal einen Pult Hat der nicht noch eine Crowbar da liegen? Ne Nur ein Hammer Kurz gucken Der Ente haken war Wo bist du denn? Da ist nix Greifkopf Aha Da brauchen wir also zwei Crowbars für Okay Mit dem Greifkopf müssen wir arbeiten Du guckst gerade da hin Oh nein, 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 nein Da wachten wir gerade Ich meine Ich hätte ja noch irgendwo eine Crowbar gesehen gehabt Können wir dafür wegschmeißen Eigentlich nix Aber ich könnte hier Shit Aua, Aua, Aua Oh Gott Nein, 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 nein Kurz mal gucken Nein, 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 nein Nein, nein, nein Scheinleister Verdammt 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 Verhalte ich alles? Ah, ich behalte Nein, die Crowbar ist weg Verdammt Nein Oh nein, 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 nein Ach, ist das blöd Wo bringst du mich denn da hin? Alter, hat den Weg Ah Ist das blöd Komm, weitergehen Hopp, hopp, hopp Keine Müdigkeit Zack, zack, zack Das ist ein Drecksack Hat er auf einmal seine Route geändert Hammer hat hier Nein, nein, nein Nein, nein, nein Ach, nö Alter, der hauen aber rein hier Nein Das darf nicht wahr sein Alter Was geht? Kann man das nicht überskippen irgendwie? Ja, dann mach Pause Lass mich liegen da Bring mich nicht zurück Moment mal Vielleicht habe ich Glück Und die ganzen Sachen liegen bei denen da drüben Ach Mann Das darf nicht wahr sein Habe ich nicht aufgepasst Ja, selber schuld Wenn man mir auf die Schnauze haut Dann sollten wir das tun Nichts vermeiden Okay So Du gehst da lang Da haben wir das Schließfach Da hätte ich reingehen sollen Ich Idiot Na, verstecken wir uns mal lieber hier Ich traue dem Kerl nicht Nicht mehr zumindest Mach komm Dreh dich mal um Dankeschön Geh weiter Geh weiter Geh da rein Zack Versteckt Hihihihihi Kann ich was am Pult machen? Mich mal interessieren Dann gucke ich mal rein So Schnell rein hier Jetzt gucken Kann ich was Oh Ne Wollen wir nur hinsetzen Ne Man kann nichts machen Okay Jut So mal gucken Vielleicht liegt da jetzt der ganze Kram hier drin Ne Leider nicht Ach Wie blöd ist denn das Da müssen wir wohl wirklich nochmal gucken ob man auch irgendwo eine Kruber finden Also runter springen kann ich nicht Ich hab's mal ausprobiert auch Spaß Jaja Voll der Akro-Typ hier Schnellbeilung Beilung 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 Wunderbar Hoppala Stich müssen wir noch warten Da gucke ich auch mal rein nochmal Was da drin ist nochmal Wer weiß Wer weiß Kommt Geh mal zurück Bitte Hopp Husch Husch Hopp Platz habe ich eigentlich noch Okay Wir haben noch genug Platz Oh Okay Nein Du sollst nicht da drauf Du sollst reingucken Was haben wir da drin Oh ne zweite Kruber Da haben wir sie Da haben wir sie Die zweite Aber jetzt brauchen wir noch ein Seil Und noch ne Noch ne Kruber Hei 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 Das wird echt richtig Schawul Ich muss die im Verstand einbauen Okay Ach die können wir mal ausrüsten Ach die ist schon Ah Warte mal Ah das ist die Okay Okay Verstanden Mal komm Geh weiter Ah Ich hätte meine Kleidung verstärken können Mit dem Schild zum Beispiel Total vergessen Ich stappe es Mal gucken Wie gehst du eigentlich Okay Du gehst dann da Komm Schrauben vorbei eigentlich Ich schluss nicht erst Schnell zurück Hei 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 Das ist echt heftig Wir haben nicht mehr so viel Zeit Dreh dich nicht um Dreh dich nicht um Dreh dich nicht um Guter Junge So Was haben wir hier drin Kurz gucken Hammer Ja Ratze Wo ist denn der Ah da ist der Kollege Wo gehst du her Alter Ich muss überall den gucken gerade Gehst du in den Raum rein Ja Der geht da rein Gut Dann verstecken wir uns mal hier schnell Scheint dass man es hier nicht Rüberschieben kann Wobla Das geht also auch Interessant So du gehst so Okay mal schnell vorbei Komm 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 Lauf 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 Huss Schnell hier rein Okay Haben wir das auch gepackt Soweit Da ist noch so einer Ja das ist ein Schlagstock Ja ist mir immer egal So kann man da irgendwie rein Ich brauche einen Spieler Um es öffnen zu lassen Oh verdammt Da müssen wir zu zweit sein Das ist ja blöd Aber ja Ist halt so Schlagstock Cool Den rüsten wir auf jeden Fall aus Der wird wohl mehr Schaden machen Denke ich mir mal oder Schaden machst du Sack Kann ich nicht sagen Oh oh Komm her Nicht so dicht Junge Gut dann verstecken wir uns mal hier Die Mucke ist ja mir cool Kann ich ihn einfach unboxen Den Kerl Doch könnte ich eigentlich Schau dir daneben Ja Na komm lauf Geh Hopp hopp Tschüss Schwinde Oh Komm wir einfach weiter gehen Weitfach weiter gehen Einfach ignorieren Alter was geht denn da ab Da kommen wir auch nie im Leben vorbei Tja Das ist die Frage jetzt Wir brauchen wirklich die Crowbar Schauen wir Wie Kommen wir sonst nicht weiter Oder wie Scheibenkleister Wie brauche ich eigentlich Wie viel Anlauf Bis dahin Nein Aua Das hat wehgetan Das hat wehgetan Das hat wehgetan Das hat wehgetan Lauf 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 Okay Wir haben es geschafft Verstecken Und Ja Wie cool ist das denn Das ist ja cool So Ja Toll Schlagstock Was kann ich denn sonst Da hier oben machen Ach das ist zum entkommen Okay Aber sonst Ich habe keinen plastischen Was ich machen soll Ich glaube wir müssen das Mal neu machen oder Wer könnte diesen Gluten Kuli haben Guck mal hier rein Gehe ich schön weiter Gehe ich schön weiter Da ist nichts dran Okay Danke Also mit euch kann man nichts anstellen Hier ist auch nichts dran Ja doof Was mache ich denn jetzt Mach mal rum mit das Teil Guck mal was passiert Und ich das nehme Berlin Schuss Ah okay Das ist also nichts besonderes Ich habe gedacht Ich werde dann schneller Oder so ein Kram und schnell mal hier rein das heißt, dass er da so nicht hört das finde ich irgendwie unglaublich ja, dir kann ich da nichts anfangen Dienstwagen abtrennen ok müssen wir da drin schnell gucken ok, nichts besonderes und tschüss tschüss nein, 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 nein Alter, krass Ich kann die unboxen Yes Das bringt mir nichts, Plastikhandschuhe Was bringt mir das, wenn ich den Wagen abtrenne Ich schaffe das nicht allein Ach man Das ist doch alles schwul Kann ich was mit dir anstellen? Kann ich dich runterschmeißen? Ne Ah ok, der versorgt ihn Ah ok, dann heißt es also kloppen ohne Ende Gut zu wissen Wie geht er weg? Bamm Das hat mir getan, Kollege Kurz schnell weg hier So, verstecken Lalalalalala Lalalalalala So, dann machen wir den Medikid mal, oder? Ok, nochmal Von hinten, komm Ach, verdammt daneben Oh, komm, yes What the f- Alter, was geht Na, ich hätte ihn fast gehabt Ich mag es eben, wie die Zeit abläuft Bin ich mal gespannt Weil, wir haben ja versagt Wir können ja nichts mehr machen So, die Körbe geht natürlich auch jetzt weg Logisch Wir machen auf jeden Fall nochmal einen Neustart Naja, bla 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 Abschreiben Alter, was? Der haut mich trotzdem da oben, ey Hammert Kannst du mich nicht einfach auf die Krankheit zu bringen? Das wäre viel cooler Tja, müssen wir wohl uns einen anderen Weg überlegen Ich würde mal sagen Ich frag mich gerade, wo man Den dritten Kuli herbekommt Das wäre das einzige, was uns noch fehlen würde Verstehe ich nicht Das ist noch nichts Wacht mal Da ist der Pult Da ist noch ein Pult Was ist denn da drin? Ah, wir haben ihn Wir haben ihn Komm, schnell, schnell, schnell Zack Zack Oh, oh Na, komm Zack Ja, wunderbar Schnell weg hier Juhu Ja, hab ich doch Nein So Yes Gerade noch so geschafft Glück gehabt Na, komm 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 Jihaa Gute Frage Brrrr machen Glück gehabt, ey Ja, also Ich würde mal sagen Das wird ein F sein Jupp Ist es Ah, Mann Oh, Mann Oh, Mann Aber Jetzt wissen wir es Wie es geht Also Ich kann es Wesentlich schneller machen Auf jeden Fall Was wäre denn als nächstes Das wäre der nächste Knast Diesmal aber der richtige Ich habe mich gar nicht Hier gelesen Was hier steht Okay, Leute Ansonsten Wenn es euch gefallen hat Lasst mir einen Kommentar Oder ein Abo Oder ein Like Ich würde mich super Darüber freuen Man sieht sich Man hört sich Man schreibt sich Bis zur nächsten Folge Ich wünsche euch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau, ciao Oh.